Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir schauen uns heute Menschen an, die unfassbares Glück hatten, die auch noch auf Kamera aufgefasst wurden, Leute. Also es wird auf jeden Fall heute richtig eh nicht verrückt. Haut auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button, weil wenn ihr es nicht macht, dann habt ihr einfach mal sieben Jahre lang Pech. Das sieht mir halt aus, als wäre es so ein ganz normales Café draußen, wo man so sitzen kann und so. Aber wo soll jetzt da was... Yo, was? Die haben zum Glück noch rechtzeitig reagiert, aber das hätte die halt einfach... Guck mal, der ganze Glas ist, glaub ich, kaputt gegangen und so, ne? Okay, was haben wir jetzt hier? Ist doch alles ganz entspannt. Bitte, was? Ist da was vom LKW runtergefallen oder was? Ich glaube, da ist irgendwas vom LKW runtergefallen, Leute. Yo, alles klar. Alles klar, Alter. So ein Ding. Ey, der hat dir mal unfassbares Glück gehabt. Jetzt mal ohne Spaß. Was ist jetzt hier los? Oh, er hatte halt grün, ne? Also er hatte grün. Er hätte eigentlich fahren dürfen, glaub ich. Also vielleicht hab ich mich auch verguckt, aber das war auf jeden Fall grad richtig heftig, das jetzt hier. Hä? Ähm, der ist anschein... Yo, ist da grad ein Baum umgekippt? Ich glaub, da ist grad ein Baum umgekippt, ne? Einfach fast auf ihn rauf oder auf sie rauf. Yo, alles klar. Der hat auf jeden Fall mal mega, mega Glück gehabt grad, Leute. Jetzt mal ohne Spaß. Ey. Was? Was? Jo, das ist... Das ist einfach so ein Riesenstein gewesen, aber so ein richtig, richtig großer Stein und... Lol, ist das in Deutschland? Muss das in Deutschland sein, ne? Wo ist denn das passiert? Lol, schreibt mir gerne in die Kommentare, Leute, wo das denn jetzt grad passiert sein soll. Was ist jetzt hier in der ganzen... Ey! Alter! Wir haben ja gestern schon auf... Wir haben ja gestern schon auf Blitze reagiert, ähm... Oh Gott, Alter, guck euch das mal an jetzt, ne? Wir haben gestern auf Blitze reagiert, Leute. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, dann checkt auf jeden Fall die Episode aus. Aber was war das, würde ich schon grad... Der hat ja mal richtig, richtig krank Glück gehabt in einem Unglück. Einfach die Stange durchgerammt durch die Fensterscheibe. Hallo? Hier sind wir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da ist sie. Was hat sie da? Ist sie mit ihrem Hund? Oh, das ist so ein Riesenelch, ne? Oh mein Gott. Oh Gott. Oha. Alter, die hat immer... Alter, die hat ein Glück gehabt, ne? Wenn das Ding mal erstmal auf dich zurennt oder so, ne? Da bist du aber sowas von weg. Die hat immer richtig Glück gehabt. Yo! Was ist denn das für ein Megatornado? Ja, die stehen einfach direkt daneben. Alles klar. Die stehen einfach direkt neben dem Tornado, Alter. Hier auch nochmal so ein Tornado. Ey, Leute. Und Spaß. Sie fahren einfach ganz normal daneben. Und da herrscht einfach so ein Tornado. Mitten so in der Innenstadt. Alter, wie das aussieht, ne? Was die Natur einfach alles so anrichten kann. Das ist schon richtig, richtig krass, Freunde. Das ist schon richtig, richtig krass. Auch hier. Einfach so ein Tornado direkt neben dir. Ey, was ist das bitte? Was muss das für ein krasses Gefühl sein? Da fliegen so viele Teile einfach durch die Luft dann. Das ist halt... Das ist einfach zu heftig. Hier auch. Alter, da fliegen ja Badewanne und so durch die Welt. Einfach eine Badewanne gerade da durchgeflogen. So hier. Oh Gott. Und jetzt... Ja, Fluten sind auch auf jeden Fall echt mega, mega verrückt. Einfach ein Haus weg. Und direkt dann noch das nächste. Überlegt mal, ihr baut euer Haus und das einfach rein damit im Fluss. Eure ganze Existenz quasi. Ja, und Auto haust du rein, ne? Oh, das ist belastend, Alter. Auto, man. Oh, ist das belastend. Ja. Du kaufst dir einfach ein Auto und dann ist es einfach nachher in so einem Fluss drin, weil es Überflutungen und so sind, ne? Wie das einfach alles aussieht. Dass die Natur einfach alles anstellen kann. So ein Strom hast. Oha. Was ist jetzt hier los? Äh, ganz schön neblig, muss ich sagen, ne? Ist ganz schön neblig. Äh, scheint bis jetzt noch alles normal zu sein. Sieht irgendwie voll cool aus, ne? Aber es... Was passiert denn da jetzt? Wo hat er denn jetzt gleich so Glück? Oha, Alter, wie das einfach aussieht. Hä? Das sah ja einfach nur krass aus. Jo. Ein Erdbeben. Alter, ein Erdbeben im Hochhaus. Boah, wie das einfach aussieht, Mann. Wie sieht das... Ah, guck mal, die ganzen Lampen und so, ne? Alles klar, Freunde. Gut, dass da keiner verletzt worden ist, ne? Also hier. Wo hat der jetzt hier Glück? Ich weiß es grad nicht. Wo hat der jetzt hier Glück? Fährt auf jeden Fall ganz normal im Kreisel. Alles klar, Alter. Wie dicht fährt der dann an ihm vorbei? Oh, ich seh schon, kommt ein Baum. Ein Baum fällt irgendwie um, oder? Ein Baum? Oder was wird's sein? Ne. Uh, okay. Die hatten auf jeden Fall auch mega, mega Glück. Machen nichts, jetzt machen nichts Falsches, ne? Flugzeug, Leute. Da ist nichts mit zu spaßen. An dem Flugzeug. Wenn da irgendwas passiert, ne? So. So, okay, die heben ab. Hä? Was ist denn da jetzt? Hä? Habt ihr's gerade verstanden? Ich hab's nicht verstanden. Oh. Ach so, jetzt sind wir... Oh. Ach, der Sound. Okay, ich nehm alles zurück. Ich nehm alles zurück. Hör einfach hin. Das hört sich gar nicht gesund an. Ey. Das hört sich gar nicht gesund an, Alter. Jetzt ohne Spaß. Da hätte ich halt sowas von Angst, wenn ich irgendwie im Flugzeug oder so bin und ich höre die ganze Sonne Geräusche so boom, 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 die ganze Zeit so, ne? Oh, kommt da jetzt eine Lawine? Da oben ist eine Lawine. Und die chillen da einfach. Ey, die... Ähm. Hallo? Ihr solltet vielleicht da weggehen? Da kommt eine Lawine gerade auf euch zu. Okay, ich weiß ja gut, ob die jetzt die erreicht, ich weiß ja nicht, ne? Aber es... Alter, wie das aussieht! Holy moly, Mann! So. Guck mal hier. Einfach so eine Lawine, Mann. Oh. Und die chillen da einfach direkt daneben. Warum sind die sich so sicher? Aber... Aber es ist doch... Es kommt das... Oh, Doris kommt. Oha! Ihr solltet durchziehen! Zieht durch, zieht durch, zieht durch! Oh! Was? Ey! Ohohoho! Was? Alter, wie viel Schnee kommt denn da? Guck mal, wie die zugeschneit werden. Weil die einfach halt direkt richtig entspannt da so neben saßen und so, ne? Alter. Guck mal, wie die schon zugeschneit sind. Oh. Löwe und Elefant. Das kann gefährlich... Oh, Alter. Ich sage euch, wenn ihr so einem Elefanten begegnet, ne? Das sind so... Ah gut, wann sollte man eigentlich einem Elefanten begegnen, aber... Ihr wisst, was ich meine. Guck mal hier, wie krass die einfach drauf sind, Mann. Elefanten sind so krass drauf. Bei denen sollte man sowas von Respekt haben. Aber... Ach, der Löwe wird gerade das Elefantenbaby angreifen. Oh, der hätte sich... Oha, Alter. Der Elefant war aber gut am Start. Hat die Mutter oder der Vater gut gemerkt. Muss man sagen. Das war auf jeden Fall echt mega gut gemerkt. Oh, der war so ein Elefant, Mann. Das sollte auf jeden Fall von Momenten gewesen sein, wo Menschen einfach nur richtig, richtig viel Glück hatten. Leute, wenn es euch gefallen hat, auf den Like-Button oder auf den A-Button. Und schickt ganz mit dem Ball wie es dir aus, wenn wir draufklicken. Und auch nicht in diesem Kanal. Für tägliche Reaktionen und mehr. Ciao, ciao. Ciao, ciao.